Tanzen lernen in Böblingen, hier geht's um ihren Tanzerfolg und darum, dass sie ganz bequem zu Hause tanzen lernen, über meine Zuhilfe als Privat-Tanzlehrer. Wunderschönen guten Tag Ihnen, hallo, hallo, seien Sie gegrüßt, gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McRae. Und ich sage es den Menschen immer wieder und gerne auch Ihnen, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen lernen. Hier geht's also um ihren Tanzerfolg und das völlig bequem bei Ihnen zu Hause, ich komme vorbei. Wenn es für Sie in Frage kommt, über mich, dem ADTV, IHK, World Dance, Konzil, Gütesiegel, ausgebildeten Privat-Tanzlehrer ist Privatstundebuch. Wenn das für Sie interessant ist, eine Lösung sein kann, wenn die Idee Ihnen zusagt, dann lassen Sie uns für Ihren Tanzerfolg in Kontakt kommen, über die Nummer 0176 840 44661.